Mitten aus dem Leben. Heute, Watschiket. Guten Tag mein Herr. Was wollen Sie denn haben? Ja, also ich suche nach einer Chez Salon. Ah, Watschiket, ne? Ja, genau. Eine Chez Salon, wa? Ja, ja. Hier hätten wir eine Chez Salon von der Firma Liebe Franks. Die kostet 380 Euro, aber es war schicket, ne? Ja, ja, watschiket, ja.